Das ist mein Essen. Willst du auch das haben? Kriegst du aber nicht. Ein schöner Steinbunker. Macht dich so gut hier in der Prärie. Und die kommen. Wieso sitzt er da? Ja, weil du gesagt hast Sitz. Achso. Ah, so. Ja. Und die kommen. Machst du alles wieder ab? Ja, ich dachte wir wollten hier aufbauen oder wollen wir jetzt irgendwie noch in der Mitte oder sowas. Ja, ich weiß nicht wo du hin willst. Keine Ahnung. Willst du noch weiter? Mir egal. Mir ehrlich gesagt auch. Ich glaube wenn wir nur noch reinlatschen, dann ist das ein bisschen praktischer. Ja, da ist aber die Steinbunker, denfalls irgendwie was bauen wollen. Ja. Geh weg da. Lol. Okay. Das ist ja meine Map. Achso, hier kann man noch reinfallen. Ich würde sagen in die Richtung hier latschen. Hä, rein geht es aber hier lang. Ups. Nein, Map bleib hier. Komm hier hin. Wo rein? Warte. So. Da. Da geht es in die Mitte. Wieso? Guck auf ein Map. Ach, ich bin grün. Lol, was ist denn hier passiert? Da liegt überall Zuckerrohr. Aufgesammelt. Hier ist voll der Garde Wald. Links. Na egal. Weiter gehen. Na egal. La 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 la. Weil hier ist ein fetter See mitten in der Karte. Was ist denn das für ein Scheiß? Ach, wir warten ja auch auf der Insel, ne? Ja. Oh Gott. Ach, da hinten bist du. Na egal. Na egal. Go. Na 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 na. Fetter See. Hm. Ja, also da würde ich jetzt irgendwie nicht drüber schwimmen. Geht aber noch weiter. Lol. Ich kann hier gerade in den Untergrund reingucken. Siehst du da? Aber dann das... Ja. Ne, ich nicht. Dann lass dich hier hingehen. Lol, what the fuck? Hä? Siehst du das nicht? Ich muss da hin, ey. Ey, hier ist Lehm. Du kannst da nicht hin. Oder ist da so... Hä, was machst du denn? Das geht hier... Das geht hier runter. Das ist Wasser. Hoffentlich verreckst du. Ja, ich hoffe auch. Hier ist irgendwo Lehm. Oh, ich falle! Echt? Ja, weil's Backe ist toll. Spiel kaputt gemacht. Okay. Hm. Ah. Ah. Aber ich sehe Gold. Hm. This is some weird shit, man. Ich sterbe gerade. Kack'n Hub. Du bist ertrunken. Oh mein Gott, du bist so dumm. Aber du bist echt dumm, weißt du? Guck mal, was hast du denn jetzt noch in deinem Inventar, bitte? Nix. Hm. Oh, Kacke. Und ich sag noch, geh da nicht hin. So, dann bist du jetzt dafür verantwortlich, dass wir unsere ganzen Eis und Kohle wegkriegen. Noob. Ah, ah, nein! Alter, nee, ernsthaft, oder? Doch. Oh mein Gott. Ich dachte, man setzt jetzt den Spawn, wenn man im Bett ist. Ich guck mal nach den Sachen. Ich hab ja nicht mal eine Truhe. Hier hätten wir auch mitbekommen. Das Wichtigste ist erstmal, dass ich hier... Ey, du kannst halt wegen wieder sterben. Ist jetzt auch egal. Oh, Mann, wie kann man denn nur so dumm sein? Wie kannst du denn... Ja, ich weiß nicht, wie man so dumm sein kann. Ich bin hier beim alten Haus. Und dann ist ein Creeper, der im Tunnel, der lauert. Bist du bei dem Dings, oder was? Ja, bei dieser Holzhütte. So, du kennst hinten. Hast du eine Karte? Nope. Dreh dich um. Ja. Noch ein Stück nach rechts. Ja, und wenn du jetzt geradeaus läufst, dann läufst du genau auf mich zu. Ja, dann muss ich hier ein bisschen... Nicht da, die Richtung, die ist falsch. Ja, ich komme hier nicht anders rum. Hier ist ein Berg im Weg, Mann. Grab dich da durch. Mit der Hand, oder was? Alter. Ja. Ich weiß. Diese Hand, die Sachen sind weg. Das war echt beschissen. Ob er dein Hund nie ist, hat er, oder? Oder ist er auch tot? Nee, der läuft mir noch hinterher. Ich versuch's mal in etwas. Warte, wie machen wir sich nochmal ein Boot? Das steht da als Anleitung. Wollen wir nur noch Holz oder da? Ja. Neulig. Holz, 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 Holz. Du, du, Alter. Wie kann man nur so dumm sein? Ich weiß es nicht. Neugier hat's gemacht. Ich sag's doch, das ist ein Fehler. Ja. Du willst mir nicht glauben. Ich weiß. Ich bin schuld. Dummer Junge. Ja. Ich kann deinen Backrower wegschmeißen. Nein. Nein. So, ich hab'n Boot. Wieso hat denn das den Spawn nicht bei uns da hingesetzt? Das weiß ich auch nicht. Wenn's das getan hätte, wärst du jetzt hier, oder? Jupp. Weiß ich doch nicht. Was soll ich das denn wissen? So, jetzt muss ich gleich mal kurz gediregieren. Wollte ich ja gerade, aber du so, nein, da ist ein Birkeweg. Ja, jetzt bin ich auf dem Floß. Jetzt geht's schneller. Warte. Falsche Richtung. Komplett umdrehen. Kann ich nicht hier allein lang schippern? Nein, du fährst voll falsch, wenn du jetzt gerade ausfährst. Muss nach rechts noch. Ja, mach ich. Würde ich ja sowieso. Ja, 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 nein. Links. Ja. Und jetzt genau gerade ausdruckt. Nein, rechts. Ja. Du driftest mich ab, wo willst du hin? Hä? Ich fahr ganz normal hier allein lang, Mann. Du fährst falsch. Ja, ich kann aber nicht nach rechts fahren. Ah, ich sag das doch. Ich dachte, du kannst ja lang fahren. Ich seh das nicht. Meine Karte ist da nicht offengelegt. So. Noch ein Stück rechts. Ja. Nein. Jetzt fährst du wieder zurück, oder was? Hä, was? Ja, ich seh immer nur diesen blöden Pfeil da hin und her, Jan. Ist das richtig? Nein, rechts. Ja. So ist perfekt. So nicht. Alter. So ist ganz falsch. Wieso habe ich den Sand und Sandsteigen? Weißt du ungefähr, wie nah bin ich dir jetzt? Rechts. So ein Stück weg. Rechts. Ja. Da, wo ich jetzt hingucke. Guckst du denn schon wieder hin? Ich gucke jetzt gerade aus. Du guckst in ganz falsche Richtung. Du hast vorhin noch gerade ausgeguckt. Hinter dich musst du jetzt. Da. Hä? Ja. Nein. Rechts. Rechts. Ganz rechts. Also hier ist auf jeden Fall wieder die Stelle, wo ich gerade, glaube ich, reingesprungen bin. Ja. Dann bist du bitte noch im Open-Sea. Aber auf jeden Fall fährst du ungefähr richtig. Was soll denn das? Ein Glück, dass ich die Bette hatte. Und nicht dieser Kacken. Oh. Ich will jetzt einfach mal so ein Riesen-Loch bei mir. Fahr da nicht schon wieder rein. Ich sag dir das. Sind die Sachen denn da? Da kann ich nicht hin. Bei mir ist das Wasser. Wo bist du gerade? Ja. Bei dieser Insel? Ja. Genau geradeaus. Dann siehst du. Dann kommst du auf mich zu. Dann kommst du noch geradeaus. Ja. Die Kühe wollen alle was von dir Das ist sehr schön Der mauert sich voll ein Weil du ein Kackdruck bist Ich hatte nicht genug Holz für Holz Jetzt steht da so ein riesen Pimmel im Weg Zerstört das ganze Landschaftsbild Erstmal so eine Vierechse zu machen Kann man die ja nachher immer noch schöner machen Aber hier sollten wir vielleicht bleiben Das ist ein schöner Ort Ja Okay, dann bleiben wir hier Du bist ja nicht mal fackeln, du Loob Ich hab gar nichts Eben Ich guck gleich nochmal, ob ich da nochmal hinkomme Und dann stirbst du nochmal Die diespollen ja die Sachen, das weißt du, ne? Ja, aber nach was für einer Zeit schon Weiß ich nicht Oh, ne Blume Weg Weg Ah, Mist Hab ich da noch gebaut Erstmal Steinboden Kalter Steinboden Weil der jetzt ja unsere ganzen Sachen verloren gemacht hat Vor allem unser Eisen, du scheiß Noob, ey Oh ja Du Kack Noob Ja, dein Zimmer Viel Spaß Yay Willst du Licht haben? Ja Krieg's aber nicht Oh, Mann, ey Wie soll ich denn hier gleich rauskommen? Dein Problem Oh, Mann, ey Wo ist Obo und unten? Was weiß ich Au Ey Wie, jetzt beschwerst du dich auch noch? Leute, du hast deinen Hund geschlagen Ah Dein Kackhund Nicht töten Der hat mich fast aufgefressen Ah, nimm das Der hat mich fast aufgefressen Ja, dann haust du mich jetzt noch, oder was? Spasti Ja, was ist denn jetzt los? Er hätte mich töten lassen sollen, oder was? Nö Ja, siehste Gerade merke, wo auch Fenster Aber ich möchte ein Holzhaus, glaube ich Ist schön Was ist das hier? Und ich brauche eine Axt Large S-Mohanrichtung Sachen Da hinten müsste ein Crafting Table, sag ich mal, sein Wo? Habe ich den mitgenommen Das weiß ich jetzt gerade gar nicht Wo ich den hingepackt habe Habe ich den mitgenommen? Ach ja, hier habe ich den Das ist doch so ein Trickstöle, die beißt, ey Damit kreifst du mich auch an, ey Nicht dich Kommissar Rex war da Du laberst Du laberst im ganzen Leben, Alter Oh, ne Kisse Dazu füge mir drei Holz Ach, weil es doch liegt Wieso bist du jetzt so still? Weil ich gerade gucken muss Ja, deswegen bist du still Stehe Oh, okay Das soll jetzt dann hier Au Au Nein, 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 nein Nicht schon wieder Nein Oh, jetzt bin ich aber hier wieder Ja, vielleicht weil ich gerade ein Stein Über den Kopf gesetzt hatte Und du draußen geschlafen hast Weird Okay, also erstmal Holz sammeln Nimm das Holz hier Nicht das Welches? Das hier Okay Dann haben wir da so einfarbig da Ich glaube, das können wir aber Offscreen dann alles nachholen, oder? Was? Eisen mit so einem Kram, wie alles Keine Ahnung Kann ich mal Ist da einer Ist eh zu spät, wenn du das machen willst So lange wolltest wahrscheinlich nicht warten Wie? Ja, bis sie die jetzt gefragt haben Die Folge, bis sie rauskommt Das ist mindestens Mindestens Da hast du recht Aber das ist ja Kann man ja nachvollziehen Wenn du so ein Hässeier-Kack-Lobis Ja, eben Da wird es euch noch ein bisschen Holz habe ich schon Kann ich schon mal mit anfangen Lass uns die Tiere mal nicht töten Sondern dann züchten Genau Müsst du mir dann gleich noch irgendwie was zu futtern anbauen Mach das doch Du weißt, wie es geht Ich brauche auch nicht mehr so viel, glaube ich Du hast ja das ganze Fressen, glaube ich Kann das sein? Hatte, ja Solltest du schnell vielleicht noch was anbauen? Ich brauche erstmal Samen Ja, hier Guck dir an das Gras hier Ja Bin dabei Ich glaube, da sind noch Samen in der Dings In der Truhe Und die immer noch welche mit Ich hab diese